Moin Leute, was geht? Mein Name ist wiedergängigst.com, auf der Playstation, vielen herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal Call of Duty. Äh, ja, verdammte Scheiße, ich habe tatsächlich einen Kill gemacht, wie geil ist das denn? Habt ihr das gesehen? Ihr könnt ja natürlich nochmal zurückspulen, wenn ihr wollt, aber ich habe tatsächlich einen Kill geschafft. Boah, ich bin echt positiv überrascht. Jetzt weiß ich, warum so viele Leute dieses Spiel spielen. Und man freut sich natürlich mega, wenn jemand, wenn man jemanden killt. Oh Gott, da hat sich ein verdammter Sniper versteckt, dieser, habt ihr ihn gesehen? Meine Augen haben ihn natürlich sofort erkannt. Achtung, ah, du verdammter! Äh, moin moin! Ich muss hier weg. Ich muss hier weg! Ich muss hier verdammt nochmal weg! Okay, hier müssen wir uns jetzt verstecken, weil der müsste jetzt gleich hier runter... Ach, habe ich mir doch schon fast gedacht, Leute. Habe ich mir doch schon fast gedacht, dass der nach unten kommt. Ne, der hat mich natürlich schon ins Visier genommen. Ich bin natürlich an der Seite langgelaufen, hier hinten in das Loch! Ach, nein, ich habe mir doch schon... Nein, 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 nein! Call of Duty, Alter, da regt man sich wieder auf. Nein! Ach Gott, das war nur eine Granate. Ah, alles in Ordnung. Was ist da hinten? Ach, mach nicht. So. Ups, wollte ich gar nicht. Lange ich mehr gespielt, den Scheiß! Ah, verdammte Scheiße, ich mache raus. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Was gibt es hier zu trinken? Boah, ich muss mich erst mal abreagieren. Ja, Call of Duty ist nichts für mich. Ich bleibe lieber bei Fallout 4 oder GTA 5. Hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Was, eine Drohne? Ich habe auch eine Drohne. Zeig mal. Da ist ja gar nichts. Hau rein, bis dann und ciao!